Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich hatte euch beim letzten Mal das Attribut TextShadow vorgestellt und da möchte ich euch jetzt noch so ein paar schicke Sachen zeigen in diesem und dem folgenden Video. Wir gehen gleich mal, ich zeige euch mal was man damit machen kann. Also einmal, das werden wir in diesem Video machen, Umrisslinien zu zeichnen mit dem TextShadow und dann im nächsten Video zeige ich euch, wie man solche 3D-Effekte erstellt. Hier habe ich das Shadow, diese Class für das H1, also für die Überschrift, die habe ich hier schon mal abgewandelt. Bisher hatten wir immer nur eine Zeile oder das letzte Mal habe ich euch gezeigt, wie man eine Zeile einprogrammiert und dann kommt das Semikolon. Wenn man hinter den vier Werten, die man für den Schattenwurf einfügt, noch ein Komma setzt, dann kann man einen zweiten Schattenwurf einfügen und einen dritten und einen vierten und jetzt habe ich einfach den Schattenwurf einmal nach rechts unten eingefügt, einmal nach rechts oben, einmal nach links unten und einmal nach links oben und dadurch ist sozusagen in alle vier Schrägrichtungen ist ein Schattenwurf eingefügt worden. Ich habe dem Ganzen keinen Blur gegeben, also keine Unschärfe und dadurch ist der so scharf geworden. Das sieht dann eben so aus. Es ist keine echte Umrisslinie, das seht ihr hier an den kleinen Lücken, die hier drin sind. Das ist dann leider nicht anders zu haben. Ihr könnt natürlich auch einen Blur einfügen, sagen wir mal von 2 und das sähe dann zum Beispiel so aus. Also es ist eine ganz hübsche Sache, wenn man sich eben mit diesen Lücken anfreunden kann, die dann eben doch entstehen und man kann auch zum Beispiel sagen, ich mache das Ganze, was weiß ich, mit verschiedenen Farben, zum Beispiel Red, zwei Stellen Red einfüge, das sähe dann zum Beispiel so aus. Ist nicht besonders schick, aber naja gut, wenn man es haben will. Es sieht jetzt ein bisschen aus, wie wenn man eine 3D Brille aufsetzt. So ein Effekt ergibt das, aber ist klar, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Gut, das könnte man machen. Man kann natürlich auch, das wäre noch eine andere Möglichkeit, das Ganze hier, wenn ich das Ganze nochmal kopiere und sage, gut, okay. Ich möchte das noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Schärfe machen. Könnte man nochmal einfach weitere Schatten einfügen. Man kann beliebig viele Schatten einfügen. Jetzt habe ich nochmal einen zweiten Schatten eingefügt mit dem Abstand von 3. Also ja eigentlich kein Schatten, sondern eine Verdopplung. Also das ist eigentlich ein falsches Wort, dieses Shadow. Es handelt sich eigentlich nur um eine Verdopplung, die unter den eigentlichen Text gelegt wird. Und je nachdem, wie man das dann macht, erzeugt das unterschiedliche Effekte. So, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ah, hier hinten darf ich. Jetzt seht ihr, also der hat mir den ganzen Text, hat er mir weggemacht. Klar, weil der ist noch da, also die weiße Schrift ist noch da, aber man sieht jetzt nichts mehr, weil die Umrisslinie weg ist. Und zwar einfach, weil ich hier dieses Komma mitgesetzt habe und das darf natürlich dort nicht sein. Dann verschwindet der ganze Effekt. Das ist ein bisschen ärgerlich bei der Fehlersuche, aber muss man eben darauf achten. So, und jetzt seht ihr das, also jetzt ist das Rot, ist stärker geworden. So, eine andere Sache, die ihr seht, ist, das ist auch so ein bisschen ein Effekt, wo ihr darauf achten müsst. Das Rot, was nach unten zeigt, das wird nicht so deutlich angezeigt. Und zwar einfach deshalb, weil das von dem Grün überschrieben wird. So, der macht das halt eben nach und nach, dass er die Text oder diese unscharfen Schriften unter die Hauptschrift legt. Und dabei wird dann teilweise werden die Schatteneffekte wieder gelöscht. So, muss man ein bisschen ausprobieren, bis man sozusagen den Effekt hat, den man wirklich haben möchte. Gut, das ist so die eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Beim nächsten Mal zeige ich euch dann, wie man diese 3D-Effekte hinbekommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.